Ja, also, hi. Wir spielen Slenderman The Eight Pages. Jetzt. Schon wieder. Beziehungsweise sie spielen. Ich schau bloß zu. Und schrei, wenn irgendwas passiert. Collect all the eight pages. Ah, jetzt geht's schon flüssiger. Aber ich glaube, ich würde es lieber in Wald spielen als in irgendein Gebäude. Ja. Ja, du musst ja dann auch in die Gebäude rein. Ich habe es zwar noch nicht so weit geschafft, aber ich habe mal ein Video gesehen. Wir sind doch mal bis zu einem Gebäude gekommen, wo wir nicht rein wollten. Hey, da kann ich während ich laufe steuern. Das konntest du nicht. Ja, weil mein Laptop irgendwie da abgekackt hat. Wenn man da unten so eine kleine Karte hätte, ist das ja saufaktisch. Das ist ein Baum, Melanie. Das ist ein Baum. Nichts, was dich umbringen kann. Was ist das da? Eine Wand? Da will ich nicht hin. Dann geh nicht da hin. Ich habe Angst, wenn ich mich umdrehe, dass da steht, so will ich das machen. Warten wir die Musik leise. Die Geräusche. Wie ist denn wir vorhin gelaufen zu dem Baum? Ich weiß nicht. Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr. Ja, und wenn es dann vorbei ist, dann hast du wieder Bock. Ah, ich bin jetzt ein Baum. Nein, das ist schon wieder der Zaun. Alter, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann steht das schon wieder da. Dann laufe ich den Zaun entlang und umdrehe mich dann komplett um. Ja, aber ich habe mich ja vorhin auch nicht komplett umgedreht. Ich bin nur ein bisschen zur Seite und dann geht's wum. Nee, aber ich glaube, der kommt echt erst nach der ersten Seite. Weiß nicht. Alter, was, wenn mir gerade die Pumpe geht. Dann ist schon wieder der behinderte Zaun. Ich mache das jetzt einfach. Oh Gott, hasse ich das Knöpfen. Zum Glück läuft nebenbei eine Werbung von Ice. Oder Amazon. Gleichwerbung? Im Fernsehen musst du das. Nein, da vorne ist der behinderte Baum. Ja, lauf hin. Baumann. Werbung für ASDF-Movies machen. Gott, hasse ich diesen Baum. Vor allem in einem Video, wenn du da an den Baum hochgeguckt hast, hat sich ja irgendwas bewegt. Ich dachte, ich würde da so eine Scheiß-Seite drin. Ja. Nein. Oh Gott. Ich mag die Seiten nicht finden. Schau mal nach oben. Nein, ich schau nicht nach oben. Oh Mann. Ja klar, Slenderman ist auf dem Baum. Hängt am Baum. Wie holst du Slenderman vom Baum runter? Das Seil durchschneiden. Can't run. Down, down, down. Maustaste. Ja. Das Pochen ist wieder da. Ich hasse das Pochen. Du kannst auch irgendwie rennen. Ich renne dann nett. Ich bin mir vor, du rennst und auf einmal steht da jemand vor dir. Ich renne dann so nur gegen den Zaun und dann häng ich irgendwann am Zaun. Dem Jungen dann auf einmal. Jetzt rede ich nicht um. Dem Jungen dann um. Oh Gott, du läufst ja in einem Wald. Warum läufst du da auf den Weg? Ich hab nicht gewusst, dass ich vom Weg runtergehe. Das steht für mich. Ist ja das da vorne? Hm? Nee, ist wieder bloß nüge. Oh Gott. Oh Gott. Behinderte Bäume. Ja, jetzt gehört das ist ja. Hörst du irgendwie Wasser? Nein, das ist jetzt so. Lass mich nicht vorwarten, wenn du dich umdrehst. Fuck, hasse ich das Spiel. Also sehr, ich hasse das, er liebe ich es auch. Zuzuschauen zumindest. Hm. Hm. Lauf halt mal im Zaun entlang, vielleicht ist er am Zaun irgendwo. Ja, dann... Oh, oh. Warum? Wo? Wohin? Lauf, einfach irgendwo hin. Ich glaub, ich glaube, ich bin falsch, wo ich dann... Gott, hasse ich es, wenn man ihn nicht sieht, sondern bloß das Rauschen anfängt. Ich hab ihn vorhin nicht gesehen. Ja, auch noch. Sau lame, ich hab ihn gern gesehen. Penner. Da.